Ja Freunde, willkommen retour. Nächste Saison steht an. Wir sind im Übergang. Ein bisschen was ist noch zu tun, ist der 20. Juni, aber in dem Part möchte ich auf jeden Fall zum 1. Juli kommen. Da müssen wir neue Mitarbeiter suchen, da werden wir den Kader noch weiter planen. Und jetzt haben wir ein Gespräch mit dem Vorstand. Wir haben nichts angestellt, ganz im Gegenteil, also der Vorstand ist sehr zufrieden. Jetzt ist halt nur so, dass wir Verbesserungen vorschlagen können, deswegen würde ich schauen, schauen wir mal kurz in die Einrichtungen. Also Jugendbereich ist ganz schwach, aber auch die Trainingseinrichtungen 6 von 10. Das ist schon alles sehr, sehr mau. Also schauen wir mal, was der Vorstand anbietet, was wir vielleicht machen können. Er will das Physio-Team. Na, das sollte man woanders investieren auf jeden Fall. Verbesserung der Trainingseinrichtungen. Das wäre beträchtlicher finanzieller Aufwand, den haben wir im Moment nicht. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt finanziell noch vorher ein bisschen verbessern, bevor wir da wirklich Großes machen können. Kreuzer führt, ist anscheinend der erste Gegner, gegen den wir antreten am 23.07. Das heißt, wir können jetzt die Spiele davor planen, was ganz cool ist. Ich würde sagen, wir werden mehrere Testspiele natürlich ausmachen. Und ich würde sagen, wir werden hier eine englische Woche, englische, englische, Alter, ich kann nicht mehr reden, englische Testspielwoche einbauen vielleicht. Oder wir machen es so, hier haben wir ja die, also U19, na, da machen wir es so, bleiben wir dabei. Dann würde ich sagen, wir werden hier mischen, dass die Mannschaft vielleicht 45, 45 spielt. Hier mit der zweiten, hier mit der ersten und hier wieder mit der ersten oder so irgendwie, das müssen wir dann schauen. Ich würde mal mit einem leichten Gegner beginnen. Leichter Gegner. Vorwärtssteier, das ist so ein interessanter Club, Traditionsclub in Österreich, aber halt immer eher weiter unten gewesen. Die können wir mal ganz gut nehmen für den Start. Ich nehme mal Austria-Wien als zweiten Gegner. Warum nicht? Ah, das ist jetzt dritter Gegner. Hier Austria-Wien, dann nehmen wir für die schwächere Mannschaft quasi. Hier werden wir mit der zweiten vielleicht spielen. gegen Vereine aus der Region eventuell. Nehmen wir vielleicht einfach den FC Unterführer, hatten wir eh auch schon mal. Und dann spielen wir hier gegen, ich würde sagen, vielleicht schon irgendeinen Klub, der interessant ist auch. Salzburg-Alkmaar. Das ist mir zu stark. Ich komme auf ähnliche Reputation aus dem Ausland. Heizuk-Split wäre interessant, aber ich weiß nicht, ob es denen dann nicht zu weit ist. Sling? Die sagen mal nix. Die nehme ich. Das klingt tschechisch oder so, oder slowakisch. Passt. Sehr interessante Gegner, finde ich. Also so werden wir es mal angehen. Das heißt aber auch, dass wir das erste Testspiel erst am zweiten haben, was eigentlich ganz angenehm ist, finde ich. Ich werde nur noch einen Test für die zweite Mannschaft ausmachen. Hoffmann erhält einen neuen Vertrag, mit dem er zufrieden ist. Gut so. Achso, jetzt ist nur die Frage, ab wann sind wir? 20.06. Wir sind jetzt schon im Trainingslager. Das heißt, das bringt gar nichts, wenn ich jetzt ein Testspiel für die zweite Mannschaft ausmache, weil die ja sowieso alle nicht da sind. Aber das passt schon. Also die vier Spiele sollten reichen für den Anfang. Ausstiegslausel ist gestrichen worden. Der hatte eine drin, das wusste ich gar nicht. Dann hat sie es noch mehr ausgezahlt. Ich war jetzt gerade kurz schockiert. Ich dachte, ich habe gerade unabsichtlich eine reingetan. Ich meine nicht, dass das bei mir passieren würde, aber so. Jetzt wird er schon wieder empfohlen. Ivan Mijajevic. Aber wir sind eigentlich auf der Position jetzt richtig gut besetzt. Deswegen lassen wir es mal. Ricardo Schutte, meiner Meinung nach zu schwach. Dana Madua von St. Gallen. Sehr schnell. Mental ganz gut. Technisch hat er ein paar Mängel. Aber so eigentlich ein ordentlicher Spieler für den Flügel. Brauchen wir jetzt aber im Moment auch nicht unbedingt, wenn, dann möchte ich da wirklich jemanden haben, der uns ordentlich weiterhilft. Also aufgeschrieben habe ich auf meiner Liste noch Stammspieler rechts außen, weil da sind wir mit Gregorian ja nicht ganz zufrieden. Da hätten wir den Mendez noch. Der wird da wahrscheinlich auch nicht Stammspielerqualität haben. Ist auch eher einer, der dann über die Bank kommen könnte. Offensives Mittelfeld. Stammspieler wäre nicht schlecht. Da müssen wir noch schauen. Countdown zur Wahl. Jochic verletzt, aber nicht tragisch. Vier bis sieben Tage. Die ganz Jungen werden wir jetzt schon verfügen. Achso, die sind auch mit im Trainingslager. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Gut, es ist Österreich, die können ja rüberfahren. Sind nicht so weit. So, jetzt möchtet ihr ja mit uns wegen dem Vertrag sprechen und ich muss echt sagen, ich möchte im echt keinen neuen Vertrag geben. Ich werde jetzt wirklich das sagen, ich glaube nicht, dass sie so viel Gehalt verdienen wie manch andere. Ich muss entweder das Gegenteil beweisen oder den Verein verlassen. Es gibt jetzt keinen neuen Vertrag. Jetzt muss er Optionen überdenken und jetzt werden wir ihn halt anbieten sonst. Aber ich kann dem echt keinen neuen Vertrag anbieten. Also er ist meiner Meinung nach nicht stark genug für, um da jetzt wirklich bei uns eine Rolle zu spielen und ich kann und möchte dem einfach nicht mehr Geld jetzt zahlen. Deswegen werde ich ihn halt leider auf die Transferliste setzen, auch wenn es mir ein bisschen wehtut. Finde ich wirklich schade, aber wir sind da jetzt deutlich besser aufgestellt im nächsten Jahr und ich kann dem keine Gehaltserhöhung geben. Das passt meiner Meinung nach nicht. Aber wir kriegen hier auf jeden Fall den Marktwert rein. So, die Verträge laufen aus. Rafael Nia, da haben wir zum Beispiel auch wieder einen Innenverteidiger. Also da kriegen wir jetzt immer wieder sehr viele angezeigt. Kammerbauer. Ja, ganz gutes englisches Talent, aber halt teuer. Der steht noch unter Vertrag. Jadon Smiths auf Hemden, ganz junger. Dann haben wir hier wieder einen sehr interessanten Innenverteidiger. Aber das ist halt, wie gesagt, auf jeden Fall nicht unsere Problemposition. So, verfügbare Mannschaft für die... Okay, es geht also doch. Ich würde sagen, Takisio. Dann nehmen wir ihn hier. Ich gehe das jetzt so durch, weil ich muss gerade überlegen, wann passiert es, dass sich das schließt. Bin mir nicht ganz sicher. Kapus. Also immer wollte ich eigentlich nicht. Der hat jetzt immer eingestellt. Im nächsten Spiel mal. Rochia. Rochia. Knöferl. Ähm, Knöferl. Wicht. Uhlmann. Sapong. Passt. 15 Spieler immerhin. So, die nehmen Michael Pinto unter Vertrag. Ganz gut, aber kann man glaube ich von der Ausfallliste streichen. Auch keine Problemposition. Kader unzufrieden mit der Behandlung. Ja. Was ist mit ihnen los? Ähm. Was sagen wir ihnen? Ein Standpunkt ist im Sinne des Teams. Gregor Jan ist zufrieden, der Rest nicht. Ähm. Ja. Ist mir ehrlich gesagt jetzt ziemlich egal, wenn die Jungen sich da so aufregen. Ähm. Ist halt so. Den kann man sich noch genauer anschauen. Vielleicht kann man den ausleihen. Dann nochmal Blanchard. Boah. Auch richtig gute Ansätze. Ja. Und dann haben wir hier schon den ersten Test. Aber ich weiß noch nicht, ich glaube nicht, dass ich den in dem Part ausgehen würde. Aber mit dem 1. Juli haben wir ziemlich viel zu tun. Hoffen wir mal, dass sich niemand verletzt hat in dem Testspiel der U19. Ich glaube irgendwie immer, dass es eine U18 ist, weil ich da einfach nur TSV 18 sehe. Weil ich einfach zu blöd bin. Basas de Jong schließt 122 Millionen Wechsel ab. Alter Schwede. Ne. Ganz gutes Talent, aber auch nicht notwendig. Bin schon gespannt, was sich am 1. Juli so auf der Transferliste herumtümmelt. Und das ist das, was ihr auch schon gemeint habt mit der Ausstichsklausel von Guinda. Das ist natürlich richtig wenig, was wir da drin haben. Die Frage ist, kann man die irgendwie rauskriegen? Der will Stammspieler haben, Rotationsspieler. Der will definitiv Stammspieler haben. Dafür ist er nicht gut genug. Arminia ist an Neudecker dran. Aber wir wollen nicht verkaufen. Interessant. Ich meine 2,3 Millionen Marktwert und sein Vertrag läuft aus. Vielleicht sollte man da mal wegen einer Vertragsverlängerung schauen, aber der überlegt scheinbar zu wechseln und will nicht unbedingt verlängern. Also das wäre so ein Kandidat, wo ich mir echt sage, okay, wenn das Angebot passt, dann könnte man da ordentlich Geld annehmen, weil wir brauchen dringend Geld bei dem Club. Und das Geld kann man wahrscheinlich drei Stammspieler holen, die wirklich was drauf haben. Und ganz ehrlich, jetzt eigentlich, wenn wir so spielen mit Tressel und Samson und dann irgendeinem guten auf der 10, dann hast du noch einen Wein und die Paola und dann kommt noch der, indem ich mir den Namen nie merke, dann sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Boah, 20-jähriger Portugießer, da sind viele Leute dran. Kenne ich persönlich gar nicht. So, Wesley. da haben wir den Scout-Bericht, 4-2-3-1-System. Schauen wir mal, wie es gegen Vorwärts-Steier geht. Ein paar Spieler könnten wir natürlich kennen durch den Save, den uns der Matthias immer wieder vorgestellt hat. Auch da wird es ja in Kürze mal wieder ein Update geben oder es gab schon eines, je nachdem wann das Video erscheint. Ich glaube noch nicht. Saarbrang-Unterschenkelbruch. Alter, beim Tech. Alter, ernsthaft. Spezialist auf jeden Fall. Ist das bitter. Den wollte ich eigentlich verleihen. Da müssen wir eher schauen, dass wir den jetzt dann Juni, das heißt ja so September, Oktober herum, dass wir den dann vielleicht einfach bis Dezember, Jänner wieder aufbauen und dann halt für die Rückrunde verleihen. Unglaublich bitter natürlich, weil das seiner Entwicklung natürlich auch nicht gut tut. Gerade jetzt, wo er immer wieder mal gespielt hat. Die A-Wechsel zu Chavez nach Portugal, 250.000. Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich schade, aber durch die Vertragsforderung oder Gehaltsforderung von ihm ist das meiner Meinung nach einfach nicht machbar. Aber 250.000 Ablöse ist nicht so schlecht. Und dafür haben wir ja jetzt noch jemanden verpflichtet, der richtig stark ist in der Innenverteidigung und auch ein Linksfuß. Jo. Jetzt freue ich mich auf den 1. Juli. Schönster Tag des Jahres. Im FM zumindest. So. Also wir sehen hier, ach so, hier bei der U19 hat eigentlich gar niemand gespielt. Wo war das andere Spiel der U19? Egal. Hier wollte ich sowieso niemanden spielen lassen, weil ja jeder Test jetzt gegen Steyr ansteht. Also passt das soweit schon. Wobei die ganz Jungen, die in der ersten Mannschaft sind, die können wir eigentlich fast immer verfügbar machen für die U19. Dann bleibt in der ersten Mannschaft für andere Spieler mehr Spielzeit übrig. Bärs-Vertrag läuft aus, den geben wir jetzt frei. Scout geben wir frei. Ah, schade, okay. Stefan Lecks. Mittlerweile vereinslos, passt auch. Übel Gegneranalyst, haben wir auch gesagt, gehen wir frei. Ich hoffe, ich merke mir das alles jetzt. Dann. Die Verträge laufen Ende der Saison aus. Da sehen wir bei Neudecker schon gar kein Interesse an einem neuen Vertrag. Also ganz ehrlich, den verkaufen wir im Sommer jetzt um 2 Millionen, wenn es sein muss. Ist auch okay. So, Portsmouth ist an dem dran. Das ist ja schon ein unfassbar starker Innenverteidiger. Aber wir brauchen ihn nicht. Das ist so schade. Würde ich gerne holen. Also, ich muss mich so zurückhalten. Der ist bei Willem Tway. Kann man auch mal scouten. Vielleicht kann man den irgendwann mal zurück nach Deutschland holen. Und E.C. nicht unbedingt. Ich bin nicht unbedingt ein großer Freund von ihm. Deswegen verwerfe ich da. So. Also erster Sieb. Da warten wir noch kurz ab. Bis die Neuen da sind. So. Stellenanzeige schalten. Eigentlich suche ich selbst. Das einzige, was wir machen können, ist ein Spielanalyst. Da können wir ruhig eine Anzeige schalten. Ausleihphasen enden. Ich probiere jetzt einfach SAP noch mal anzufragen. Vielleicht hat er jetzt wieder Lust zu kommen. Ähm. So ist es nun. Und wir müssen uns jetzt quasi nach einer Alternative umschauen. Also. Wir gehen auf Suche bearbeiten. Dann haue ich da mal alles raus. Angestellt. Nein. Aufgabe. Co-Trainer. Passt auch. Und dann gehen wir noch auf also Attribute. Für den Co-Trainer mindestens 12. Aber ich hätte da natürlich gerne was deutlich stärkeres. Da kommen viele. Schauen wir mal kurz, ob da irgendwo ein bekannter Name dabei ist. Murat Shahin. Wer ist da schnell? Okay. Habe ich verwechselt. Also ich finde da ehrlich gesagt keinen bekannten Namen. Weiß nicht, wie es euch geht. Was braucht der für Attribute? Das sind eigentlich eher so meiner Meinung nach eher so Scouting-Attribute. Und dann gehen wir halt mal ein bisschen rauf. 13. Okay. Da sind wir jetzt schon bei deutlich weniger. Dann ist halt auch die Frage, was der dann noch so trainingsmäßig drauf hat. Beurteilung Fähigkeiten ist das sensationell. Führungsqualitäten stehen da gerade nicht. Boah, der ist ja der Hammer. Der war U19-Co-Trainer bei Barca. Und Barca B-Co-Trainer. Boah, der wird sich sogar halbwegs ausgehen. Der ist ja top. Und das muss ich rausstreichen. Das können wir uns nämlich nicht leisten. 284.000. Ganz ehrlich, den muss nehmen. Also einen auf dem Niveau, der vor allem hat er einiges drauf. Den will ich unbedingt haben. So, dann brauchen wir noch einen Scout. Angestellt wie immer. Nein. Attribute. Gut, beim Scout weiß ich es eigentlich. Karsten Janker. Bin schon glücklich. Eine kann ich aufgrund seiner Bayern-Vergangenheit fast nicht nehmen. Gehen wir noch eins drauf. 15 schon. Das sind schon relativ gute Scouts. Adamczuk. Der hat nur Kenntnisse in Polen. Also ich hätte schon ganz gerne jemanden, der Kenntnisse aus anderen Ländern irgendwie auch mitbringen kann. Da haben wir noch einen Scout. Bogdanovic. Österreich-Deutschland. Ja. Aber er ist so halt extrem gut und sehr, sehr günstig. Muss man ganz ehrlich machen. In dem Preis. Mit den Werten. Und ja, Gegneranalyst haben wir gesagt, machen wir einfach mit einer Stellenausschreibung. Das heißt, dann kommt da jetzt eh schon einiges an Qualität nach. Angebot für Sarpay wurde wieder akzeptiert. Schauen wir mal. Bin gespannt, wie es mit Neudecker aussieht. 2,3. Ich stelle mal die Forderungen auf 5 Millionen ein. Dann können es schon mal kommen. die Taktik. Also Knöferl, bieten wir nochmal an. Leihspieler auf jeden Fall. Der sollte unbedingt spielen. Als Stammspieler. So Talik, haben wir gesagt, möchte man eigentlich auch verleihen. Der muss mal ein Jahr irgendwo Stammspielen, wo er dann hoffentlich so richtig den Durchbruch feiert. Wobei ich ganz ehrlich sage, wenn man den verkaufen kann, kann ich auch damit leben. Klaassen ist zurück. Stammspieler hat jetzt gar nicht mehr so viel Potenzial, um ehrlich zu sein. Also das ist schon einer, den würde ich eventuell gehen lassen, aber mit einer Weiterverkaufsoption. Prozentsatz des nächsten Verkaufs 20, schauen wir mal, ob das funktioniert. Weil vielleicht hilft es dann was. Jaiyo, haben wir verlängert, würde ich nochmal verleihen. Der muss unbedingt irgendwo Stammspieler sein. Ich wollte mir den irgendwie nicht entgehen lassen, auch wenn ich mal ein bisschen unsicher war, was seine Verlängerung angeht. Gressler haben wir auf der Leihliste. Dem haben wir, glaube ich, auch versprochen, wegen einem neuen Vertrag, dass er verliehen wird. So, Mannhardt, meiner Meinung nach, nicht ganz so interessant, aber er hat noch ein Jahr danach, nach der Saison. Das heißt, man kann ihn gut verleihen, um sich die Entwicklung nochmal anzuschauen. Joe Cicic ist in der ersten. Das ist so einer, wo ich mittlerweile sage, ich glaube nicht, dass der stark genug ist. Also ich glaube auch, dass ich den abgeben werde. Schauen wir mal, ob es klappt. Erik Ullmann möchte ich, ist die Frage. Er wird nicht viel spielen in der ersten. Den kann man auch verleihen. 19 Jahre ist er. Das ist schon ein Alter, wo man den nächsten Schritt machen kann und sollte wahrscheinlich. Also so gesehen nicht so verkehrt. Den Wicht haben wir da noch. Vertrag läuft aus. Nicht viel Potenzial. Würde ich jetzt ehrlich gesagt einfach auch mal versuchen abzugeben mit dieser Weiterverkaufsoption. Verkaufsoption. Ja. So sieht es aus. Die neuen sind noch nicht da. Ist auch erst 8 Uhr. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also vor allem dann auch auf die Marktwerte und so. Ist immer ganz nett zu sehen, wenn die dann plötzlich da sind. 10 Transferangebote. Also Talik, Stammspieler, Dritte Liga, Oberhausen und Unteraching. Perfekt. Also nehme ich beides an. So. Verträge von 5 Spielern abgeschlossen. Die sollen alle zum Deutschkurs. Kader Registrierung kann man natürlich auch gleich bei allen automatisch machen. Das passt. Und jetzt geht das Durchgeklicke los wegen dem Willkommen heißen. Also begrüßen. Also das sind Übernehmer Daniel Wein. Äh, Daniel Dressel. Ach, Dennis Dressel und Daniel Wein. Jetzt bin ich schon komplett verwirrt. So. Sehr schön. Zweite Mannschaft spielt gleichzeitig. Ist mir aber eigentlich, ist jetzt die Frage. Da müssen wir zuerst mal die Aufstellung machen. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Paderborn bietet Vorstellungsgespräche an. Damit könnte man tatsächlich in die Bundesliga wechseln. Ist ja lustig. Aber ich werde es ablehnen. Also wäre es ein Journeyman, würde ich jetzt annehmen. Weil es der nächste Schritt wäre. Aber ich muss sagen, also ich würde in die erste Liga wechseln. Ich würde 1860 auch wirklich verlassen. Wenn dann jetzt so ein Angebot kommen würde. Keine Ahnung, von wirklich einem größeren Klub noch in der Bundesliga. Der ist mir ehrlich gesagt noch zu klein. Hört mal die Angebote an. Ich meine natürlich, sein Vertrag läuft aus. Aber es ist deutlich zu niedrig. 2,3 ist neudekar wert. Ich gehe jetzt mal auf 3,5. Abgelehnt. Okay. Und was haben wir noch? Das kann auf bis zu 2,7 rauf gehen. Aber das muss trotzdem deutlich höher werden. Gehen wir auf 3,2. Angenommen. 3,2. Dann kriegen wir nochmal 300. Sind 3,5. Und dann nach 20 Einsätzen nochmal. Sind 4 Millionen plus 20 Prozent Weiterverkauf. Ich muss das annehmen. Weil er wird nicht verlängern. Das hat sich schon ein bisschen rauskristallisiert. 3 Tore, 4 Assists. Jo. Also mir tut es leid. Aber der will gehen. Yilmaz ist keiner, den ich hergib. Also das ist so ein geiles Talent. Mit seinen 15 Jahren. Der wird sicher nicht hergeben. So, hergegeben. So, Jaios. 70 Prozent. Gehaltsübernahme. Aber dafür Schlüsselspieler. Das nehme ich ehrlich gesagt an. Mir ist da wichtiger, dass der Schlüsselspieler ist. Orléans ist an Teilen interessiert. Stammspieler. Yes. Ist jetzt auch nicht das volle Gehalt. Aber okay. Würde ihn nur ungern abgeben. Schauen wir mal, dass wir den Preis noch ein bisschen in die Höhe treiben. Die Umstände haben einfach nicht gestimmt. Deswegen habe ich Paderborn abgelehnt. So, jetzt haben wir den Neuen. Querdos. Einen Marktwert von 1,2. Hat noch immer Potenzial. Kann richtig gut von hinten rausspielen. Gefällt mir wahnsinnig gut. Toller Transfer meiner Meinung nach. Vor allem für die Breite. Dann haben wir ihn hier. Ein negativer Punkt. Achso. Hat keine wirkliche Meinung über mich. Okay. Wie ist es jetzt mit ihm hier? Bleibt er? Wenn er bleibt, dann würde ich eigentlich den Sadro verleihen. Die Frage ist, will der auf Leihbasis gehen? Ich glaube nämlich nicht. Ganz ehrlich, ich werde den auf Leihbasis behalten. Und wir werden den C jetzt auch abgeben. Bei dem läuft der Vertrag aus. Zwar auch nicht optimal, weil ich den eigentlich auch ganz gern mag. Aber das ist glaube ich die bessere Lösung. So, dann haben wir da den Dante Rigo. 800.000. Wir haben ihn eh als Rotationsspieler geholt. Potenzial hat er noch. Und der ist vor allem richtig günstig auch, was das Gehalt angeht. Jo. Dann haben wir ihn hier. Oh, da sind Vereine interessiert. Das ist gut. Unterachring und Oberhausen. Perfekt. Also der muss unbedingt auch Stammspieler spielen. Werden wir anbieten. Nehmen wir dafür mal den Lavalé mit. Und... Dann könnte es sein, dass wir nachher einen Innenverteidiger vielleicht ausleihen müssen. Oder... Wir machen es mit der eigenen Lösung. Mit Ullmann. Als vierten Innenverteidiger. Schnelligkeit 8 ist halt ein bisschen krass. Da sind einige dran. Wären wir fast lieber, wenn der Stammspiel wo... Wenn er meiner Meinung nach für die zweite Liga noch zu schwach ist. Und dann wäre das so nicht so schlecht. Ich gehe jetzt nochmal eins weiter. Vielleicht kommen noch ein paar Angebote rein. So. Wicht. Ablösefrei. Ja. Dafür hätte ich halt wirklich gern die 20% des nächsten Verkaufs. Lehnen sie ab. Die würden einen geschenkten Spieler bekommen, wenn sie die Klausel drin haben wollen. So nicht. So, einige Spieler entlassen... Einige Vereine entlassen Spieler. Jerome Boateng. Kann ich den Spielerberater kontaktieren? Wäre schon lustig. Delaney. Auch nicht so ohne. Wäre auch ziemlich cool. Felix Klaus. Das wäre schon einer, den ich ganz interessant finden würde für den rechten Flügel. Er ist halt 29. Grundfitness ist nicht so hoch. Das heißt, der wird wahrscheinlich abbauen. Aber... Also für ein Jahr wäre der schon ganz stark. Bojan Paolo. Wäre auch cool. So. Marvin Stefaniak. Wow. Ich kenne den ehrlich gesagt nicht. Ist jetzt vielleicht peinlich. Warte, er war schon viel unterwegs in Deutschland. 27 Jahre passt auf jeden Fall vom Alter her ganz gut. Ich hoffe, dass der Lust hat, zu uns zu kommen auf ein Probetraining. Tom Weiland. Nicht mehr der Jüngste mit seinen 30. Ha. Mimedi. Interessanter Spieler an sich. Aber da werden wir finanziell nicht mithalten können. Und der wird sicher nicht Backup bei uns sein wollen. Jan Guillemera. Boah, ich hoffe, den habe ich sicher auch falsch ausgesprochen. Kennen wir auf jeden Fall noch vom HSV Let's Play. Und dann nochmal Robert Andrich. Der für das Zentrum eigentlich auch ganz interessant wäre. Aber da ist gerade jemand dran. Unter anderem West Ham und Gladbach. Ja gut, den brauchen wir nicht zum Probetraining einladen. Den brauchen wir definitiv nicht einladen. Aber jetzt können wir wenigstens nachschauen, wer so ablösefrei ist. Vertragsende. Interessiert an Transfer. Zum Beispiel offensives Mittelfeldzentral. 19-jähriger Marco Rus, ein Rumäne von Southampton. Kann man mal einladen. Wird eh auch gerade gescoutet. Und da mal hier. Ah ja, genau. Den haben wir uns vorhin auch schon angeschaut von Gladbach. Den würde ich eigentlich auch ganz gern. Jetzt habe ich ihn von der Ausfallliste gestrichen. Zum Probetraining einladen. Das machen wir jetzt auch gleich. Marco Dioricin. Boah, das wäre so der geile Ersatzstürmer. Da haben wir ja schon im letzten Jahr kurz überlegt. Der will Vizekapitän werden. Rotationsspieler. Samson absetzen. Alter Schwede. Was hat denn der für Führungsqualitäten? Ist Führungsqualitäten 6? Ernsthaft? Was? Nein. Kann den nicht zum Vizekapitän machen. Ist das bitter. Schau mal, ob ich ihn zum Probetraining einladen kann. Viele Österreicher dabei hier. Bitte. Boah, der ist stark. Der kann auch im Flügel spielen. Also der wäre was. Ich schaue jetzt nochmal. Offensives Mittelfeld rechts. Naja, das ist schon lustig gegen die, dass wir da zwei Südafrikaner dabei haben. Von Lester. Nein, den haben wir sogar schon mal gescoutet. Ja, wo brauche ich noch Spieler sonst? Wir können links Mittelfeld schauen, weil da sind wir ja eigentlich eh flexibel, ob rechts oder links. Vielleicht ist da irgendjemand Interessantes dabei. Jody Jones. Schaut ganz ordentlich aus. Oh, Keanu Staude. Der wäre natürlich auch sehr interessant, muss man ganz ehrlich sagen. Weil er vom Alter ja ganz gut reinpassen würde. Und vom Niveau her glaube ich eigentlich auch. Edgar Brieb, ja. Luca Oliveira. Der ist körperlich vielleicht ein bisschen zu schwach, also zu langsam vor allem. Und dann haben wir da noch. Guter Abschlusswert. Ich bin eher Stürmer-Typ als am Flügel, um ehrlich zu sein. Kaum mal einladen, falls wir eben noch einen Ersatzstürmer brauchen. Jo, aber bevor ich hier jetzt schon wieder restlos überziehe, machen wir jetzt hier einen Cut. Wir sehen im nächsten Part dann das erste Testspiel, auf das ich mich schon freue gegen Vorwärtssteier. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Mit den Transfers wird auf jeden Fall spannend. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.